ja dann sind wir wieder zurück beim geschehen ich hab die topo wieder nicht gestellt kurzer cut bis gleich nein wir machen keine cuts ich mag keine cuts so jetzt einmal hier rüber 10 minuten machen wir ja und dann werden wir sehen wie das was das schicksal sagt ja Kevin naja das passt so starten ok so wie gehen mit Einverlinien wir brauchen so weit nicht wir sind cool wir sind cool 100 8 9 9 9 9 1 1 Redbackstadion hier steht mal wieder keine Sau war doch klar stadion Dann müssen wir mal 19 Minuten vorstellen... 0,9, 1,1. So, in zwei Minuten fahren wir los. Okay, will keiner einsteigen? Da fahren wir auch los. Ja, es wird ja auch gesagt, dass es manche Leute die Map gar nicht geil finden. Ja, wenn ihr die nicht geil findet, dann müsst ihr mir auch sagen, welche Map ihr sehen wollt. Weil ich kann ja nicht riechen, was ihr hier sehen wollt, ne? Das kann ich ja nicht riechen, so wegschnuppern und so. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich wirklich scheiße hier mit dieser... Mit das die, äh... Straßen dann wieder hoch und runter gehen. Das finde ich echt scheiße. Ja. Ja, wir können das ja auch so machen. Ich schneide mal ein Video zusammen, wo ich meine erste OMSI-Folge mit einem Headset aufgenommen habe. Und dann einmal diese OMSI-Folge hier. Müsst ihr mir mal sagen, wenn ihr das gut fändet, mal einen krassen Unterschied zu hören, wie meine Stimme sich so in all den Jahren verändert hat. Dann hatte ich mir auch mal ein Mikrofon gekauft für 8 Euro von Grundig. Ähm, da war der letzte Scheiße. Also, kauft euch bitte keine Scheiße. Ich werde mir jetzt auch vom Lukas, der hat mir da eins gezeigt, der Verdem ist, der Mr. Zockerfick. Link ist in der Kanal-Videobeschreibung. Ähm, Schaut mal bei ihm vorbei. Auf jeden Fall hat er mir eins gezeigt. Das fand ich jetzt nicht schlecht. Habe ich auch noch positives drüber gehört. Das heißt, ich werde es mir vielleicht kaufen. Aber, ich muss jetzt erstmal meine Eltern erstmal wieder ein bisschen Geld blechen, weil ich halb abwärts einmal dieses Headset jetzt, also nicht dieses Headset, ich meine dieses Lenkrad, der komplett neu gekauft. Viele neue Abonnenten sind dazugekommen. 96 Stück sind jetzt dazugekommen. Dankeschön nochmal, einige. Jetzt habe ich die 55 Abonnenten. Es war ja immer so gewesen, 49 Abonnenten. Ich so, oh nee, das geht jetzt gar nicht mehr weiter und so weiter und so fort. Dies, das. Auf jeden Fall. Und ich hatte immer so gedacht, oh man, jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Aber, ich habe mich getäuscht, sondern, es kamen auch immer richtig viele Abonnenten, ich fahre da jetzt einfach mal rein, mal gucken, ob da jemand einstellen will. Ja, Ab den kamen sie dir auch geklaut, ne? Steht überhaupt bei mir oben ein Stadion drauf? Ja, Stadion. Ach, der will einsteigen. Entschuldigung, junger Mann. Das tut mir leid. Entschuldigung. Hier seht ihr, da hat doch noch was Gutes gewesen, warum ich jetzt hier reingefahren bin. So, hier wird gebaut. Ja, das ist mir jetzt Latte. Das juckt mich nicht. Das juckt mich nicht. Ja, aber, was für ein Thema können wir da reden. Du willst, über mehr Themen in die Kommentare reinschreiben. Ich meine, ich habe 55 Abonnenten. Hallo, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Ja, mir ist gerade so ein Thema eingefallen. Über so ein Thema rede ich normal nicht gerne. Hier war diese Japaner, will ich ganz ehrlich, will ich gar nicht gerne drüber. Wenn ich sehe, ich habe das letzte, das war gestern, da war eine Pressekonferenz bei denen gewesen und da haben die mit dem Präsidenten aus Japan gesprochen. Und er meint sozusagen, ja, bei denen ist Delfine fangen in Japan Tradition. Und bei mir ist, wenn ich Präsident in Deutschland wäre, also Bundeskanzler nennt man sowas ja hier. Ein Fahrschein bitte. Bist du wieder Schul am Schwänzen? Dankeschön. Ja, kein Denkthinking, ne? Ja, also ich sag dann, wenn ich dann Bundeskanzler von Deutschland wäre, würde ich dann sagen, okay, bei mir ist die Tradition, die Japsen abzuknallen. Ganz einfach. Weil ich bin, ganz ehrlich, bin ich ein Tier lieber. Also, ich liebe Tiere. Und ich finde es einfach ganz scheiße, dass manche Leute den Tieren sowas antun. Weil, ich meine, die wissen gar nicht als erstes, was sie mit den Tieren antun. Ja. Wenn die mal wüssten, was die den Tieren antun, dann glaube ich auch nicht. Also, wenn die mal spüren würden, was die den Tieren antun, dann glaube ich auch nicht ganz, dass sie es dann weiter tun. Ja, und hier muss man einfach durchfahren. Da kann man nichts anderes machen, weil hier bleibt die KI immer stehen. Ja, wir werden es zunächst machen. Ja, also ich finde sowas einfach nur, die Leute, die sowas machen und die Leute, die sowas auch noch unterstützen, die sollen sich schämen. Ja. Weil, wie gesagt, ich hasse sowas einfach nur. Wie die Pest. Wie gesagt, wenn ich Präsident, also... Ich sag schon wieder Präsident. Wenn ich Bundeskanzler, ja komm, sag mal jetzt einfach Präsident. Wenn ich Präsident von Deutschland wäre, würde ich die Jobsen einfach abknallen. Ganz ehrlich. Weil sowas ist einfach nur Scheiße, was die hier einmal am Abziehen sind. Und, ja... So, dann fangen wir auch einmal mit der Rücktour an. Ich würde gar nicht hinten zu machen brauchen. Okay. Jetzt machen wir mal den... Nachher ist wieder gar kein Fahrplan angenommen. Hahahaha. Jetzt fängt es an ins Stadion. Jetzt dürfen wir da ins Stadion hinfahren. Ja. Leben gerne. Ich löse Leben gerne. Oh, noch 51 Minuten. Ja, okay. Aber... Wir können ja schon mal den Kurs eingehen. Du musst halt einfach nur auf Route 2 umändern. So, 15 Minuten Vorspulen. Das heißt... Ja, 15 Minuten, ne? 0,0. Machen wir nur 12 Uhr. Dann sind noch 9 Minuten. Machen wir... 0,06. Dann haben wir noch 3 Minuten. Alter Armee. Ich steig auch rein. Ja. Hallo. Also ich finde... Hier nur so Haare. Und dann noch alles grau. Hahaha. Geil. Ja, warten wir mal. Ich sing den Bus mal ab. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Folge. Bis gleich.